Ja, jetzt machen wir mal 11 Meter Schiss. Ah, noch zwei Verdüte? Kann man nicht mehr auf den Boden machen. Das ist die Frage. Er hat nur eine. Er hat nur eine. Eins von drei. Zwei, eins von drei. Jetzt ist er. Okay, jetzt ist er. Lass er nicht den Ball treffen. Du triffst ja den Ball, weil du schießt. Geh los. Geh los. Also drei Versuche. Los geht's. Der erste. Der erste. Der erste war drin. Der erste war drin. Die erste後 für den Ball Timeategorie. Hack volatile. Napolele, gehörώρα. Ich hätte damit die Lappen occurrend. Ohh geil. Was wäre das letzten Tor? Ja. Noch ein Versuch, wenn ich jetzt treffe. Gewonnen. Laten Tor. Jetzt ist die letzte Challenge. Die letzte Challenge. Freistoß schießen. Malzina gewinnt. Ich brauche ihn da. Okay. Fail. Kiki. Okay, komm. Scheiße. Ein Versuch. Wenn es keinen gibt, habe ich gewonnen. Kiki. Hallo, konzentrier dich. Also, er hat Null wieder. Null. Null von drei. Ups. Ob ich es treffen werde. Oho. Ich habe einen Räumen. Mann! Egal. Ich habe einen Dumpf gesehen. Welches Meter? Er hat 0 reingemacht, aber trotzdem habe ich die Bonn wegen der Schmetter. Also er kriegt jetzt Arschfetzen. Das war's mit der Challenge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Arschfetze! Hahaha! Er denkt, er ist so klug. Okay, komm! Ich mache jetzt Arschfetze. Und dafür gebe ich jetzt mein Handy so. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wie ich das mache, wenn ich ihn so hinstelle. Ich habe einen Pop-Socket. So sieht man nun diesen wunderschönen Arsch. So, los geht's mit der Arschfetze. Er hat nicht so glücklich. Aber das war's mit dem Video. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald!